Hi, hier ist wieder der Lars von All About Samsung. Ich bin hier auf der CES in Las Vegas. Heute ist Tag 1, wir haben den 6. Januar. Es geht also los, die Messe hat begonnen und ich bin hier natürlich auf dem Samsung Booth und schaue mir jetzt ein bisschen so die Messe-Highlights an. Ein paar Sachen durfte ich mir gestern schon angucken. Jetzt haben wir die Sachen, die vorgestellt wurden, aber die man bis jetzt noch nicht in den Fingern hatte. Und ich bin da ja immer so einer, der direkt zu den Notebooks läuft. Ich bin ein absoluter Fan von Samsung Notebooks, seit ich 2012 in Korea dabei war und mir mal angeguckt habe, wie die entwickelt wurden. Samsung hat in Deutschland leider den Vertrieb eingestellt. Trotzdem gibt es immer noch neue Geräte und hier auf der CES 2016 haben wir tatsächlich sogar vier neue Geräte. Einmal das Samsung Notebook 9 in zwei Größen, dann haben wir das Samsung Notebook 9 Pro und das Samsung Notebook 9 Spin. Erstmal zum Namen, Samsung Notebook. Ja, ist ein bisschen Onomatoposie, es ist ein bisschen beschreibend alles. Ne, also man hatte ja die Artif Brand, die hatte man vorher aufgezogen, nur war die nicht wirklich erfolgreich. Und jetzt ist man dazu übergegangen, eine ganz andere Brand zu nehmen, nämlich einfach nur Notebook. Man hat sich also dazu entschieden, die Artif Brand zu kicken, wahrscheinlich weil sie nicht wirklich angekommen ist am Markt. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Hier haben wir das neue Samsung Notebook 9 13 Inch Version und Samsung selber sagt, das ist das größte oder das leichteste Notebook mit 13 Zoll. Das gute Stück hier wiegt nämlich 840 Gramm. Und das ist das erste, was man, wenn man das Ding tatsächlich sieht und anfühlt, merkt, es ist sehr, sehr leicht. Und deswegen ist der zweite Gedanke, dass das hier Plastik ist. Ist es tatsächlich nicht, das ist Magnesium. Es ist also ein sehr teures Material, nur im ersten Augenblick denkt man tatsächlich, es wäre Plastik. Von den Abmessungen her seht ihr, es ist sehr, sehr dünn. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist nicht ganz so dünn, wie es hätte sein können. Die 2012er Serie 9 hatte 12,9 Millimeter. Das Notebook 9 13 Inch von 2016 hat 13,4 Millimeter. Das ist also 0,5 Millimeter dicker tatsächlich als die Serie 9 2012. Wir haben ein Gewicht von 840 Gramm. Das ist so das Kennzeichen im Merkmal. Ansonsten haben wir ein Full-HD-Display, 13,3 Zoll groß. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe hier ein Problem, weil ihr seht, wenn ich das jetzt kippe, das spiegelt. Ich kann es bis zu 80 Grad kippen. Ich kann es mir so hinlegen, 180 Grad und das spiegelt. Und dann würde man natürlich davon ausgehen, dass man hier auch touchert. Aber das ist kein Touch-Display. Das ist einfach nur ein Glare-Display. Und ich dachte tatsächlich, dass Samsung das schon längst gekillt hat, weil Glare ist nun mal, ich finde, nicht mehr zeitgemäß. Das ist tatsächlich das Non-Glare, also matte Display, das ist das Einzige, was noch zählt. Und wir haben hier ein Display, das hat 400 Nits. Das ist also ein sehr helles Display. Man hätte also genug Power, um ein mattes Display trotzdem noch attraktiv wirken zu lassen. Nein, hier hat man sich für ein Glare-Display entschieden. Und ihr seht, dass das glänzt wie die Hölle. Mag ich tatsächlich nicht alleine wegen der Reflexion. Was ich aber sehr mag, ist dafür das Display selber, weil der Displayrahmen sehr schlank ist. Und ihr seht das hier rundherum. Jetzt haben sie gesagt selber, dass der Displayrahmen 6,4 Millimeter schlank ist. Und ich habe jetzt nicht nachgemessen, aber es ist auf jeden Fall sehr schlank. Hier seht ihr meinen Daumen da dran. Es ist auf jeden Fall ein sehr schlanker Rahmen. Das macht auf jeden Fall wirklich was her, wenn ihr euch das hier anguckt. Das ist eine richtig schicke Nummer. Ihr habt hier so eine kleine Gummilippe, logisch. Wenn ihr vor uns das Ding zukippt, würde das einander drücken. Dann dürft ihr die Gummilippe keinerlei Probleme, wenn ihr es zukippt. Ihr seht, das hier passt ohne irgendwelche Probleme. Wenn ihr das jetzt wieder aufklappt, dann seht ihr, wir haben hier drauf Windows 10. Was man möchte, ist natürlich dann abhängig vom Preis, Windows 10 Home oder Windows 10 Pro. Man kann sich dann natürlich entscheiden. Unter der Haube haben wir einen Intel Core der sechsten Generation. Man hat natürlich verschiedene Optionen. Also ihr könnt hier wählen zwischen einem i3 wird es wahrscheinlich losgehen. i5 bis hoch zu i7 geht auf jeden Fall. Allerdings immer mit Dual Core Version. Das ist kein Quad Core. Der Akku selber, Ende der Kiste hier, hat 30 Watt. Das ist okay. Samsung selber sagt, das sind wahrscheinlich so um die 10 Stunden Laufzeit, die damit möglich sind. Wobei man sagen muss, interessant ist eigentlich ein anderes Feature. Ihr habt nämlich hier die Möglichkeit, den Akku sehr schnell zu laden. Das ist Quick Charge Enabled. Und damit könnt ihr tatsächlich den Akku sehr, sehr schnell laden. Samsung sagt, in 1,5 Stunden ungefähr seid ihr wieder bei 100% und der Akku ist wieder randvoll. Ist natürlich eine feine Sache. Man lädt dann einfach schnell in 1,5 Stunden, dann hat man hier einen komplett einsatzbereiten Akku. Unter der Haube haben wir noch 4 oder 8 GB Arbeitsspeicher. Das ist natürlich auch eine ordentliche Hausnummer. Wir haben SSDs in 128 oder 256 GB. Finde ich auch vernünftig. Ein kleines Fakt haben wir auch wieder. Wenn wir uns das Design angucken, wir haben wieder diese Designlinien, die wir kennen. Wir haben auf der rechten Seite einen USB 3.0-Anschluss, den 3,5 mm Klingenstecker und den Mini VGA-Port. Und auf der linken Seite haben wir einen USB 3.0, den Netzwerk Micro, was soll man? Netzwerk RJ45 und halt den Mini-Mikro, nee Mini quasi ist es HDMI-Port. Was ihr nicht hier seht, ist die SD-Karte. Der SD-Karte ist nicht mindestens direkt hier. Und das ist die gleiche Möglichkeit, wie man sie auch bei der Serie 9 2012 hatte. Das heißt, ihr könnt die Karte nicht komplett drin versenken. Das mag ich eigentlich ganz gerne, weil dadurch habt ihr natürlich die Möglichkeit, den Speichern zu erweitern. Wenn ich aber jetzt mal einen SD-Karte hier nehme und die Reihenstoffe, seht ihr, die wird sich nicht ganz so versenken lassen. Die steht so klein, das ist ein bisschen über. Es ist im Rahmen, das ist jetzt nicht die Welt, aber so ganz passt es dir einfach nicht ein. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Das Design gefällt mir aber sehr, sehr gut. Hier in der Selberlinien-Version, das hat auf jeden Fall was. Das wirkt sehr edel, ist natürlich sehr flach zugeklappt, macht wirklich was her. Es ist exzellent reich. Das ist halt das große Merkmal. 840 Gramm sind eine Großnummer, macht extrem Spaß. Wobei in meinen Augen geht ein ganz großer Kritikpunkt für mich persönlich an dieses glänzende Display. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wenn man schon keinen Touch hat, dann kann man es bitte auch direkt matt machen. Bei 400 Nits ist das auf jeden Fall eine Sache, die möglich wäre. Wo wir jetzt aber die 13 Zoll schon mal durch haben, können wir uns auch einfach ein bisschen bewegen. Ihr seht es nämlich links hinten auch schon. Da haben wir die nächst größere Version. Wir haben das Ganze nämlich auch mit 15 Zoll. So viel tut sich da eigentlich nicht. Ich muss es jetzt mal ein bisschen bewegen. So viel sind die Spezifikationen nicht unterschiedlich. Wir haben wieder ein Full-HD-Display. Das hat hier aber nur in Anführungsstrichen 350 Nütze. Das ist jetzt Meckern auf einem ganz hohen Niveau. Hier haben wir auch den Rahmen von 6,2 Millimeter. Auf der 13 Zoll Version ist der ein bisschen breiter. Wir haben hier außerdem 14,5 Millimeter schlankes Gehäuse. Seht ihr hier, das ist also minimal dicker eigentlich als das Gehäuse bei der 13 Zoll Version. Aber wie gesagt, 14,5 Millimeter von einem 15 Zoll Notebook finde ich okay. Das Gewicht 1,29 Kilogramm. Das ist natürlich wiederum eine feine Sache. Aber auch hier wieder, ihr seht es, das ist kein Touch-Display. Man kann es zwar drehen, aber nicht anfassen. Dann ist es natürlich ein bisschen witzlos. Also warm und warm und warm glänzendes Display, wenn es nicht touch-enabled ist, ist ja totaler Quatsch. Hier wieder die verschiedenen Prozessoptionen. Das heißt, wir haben wieder bis zu einem 7 gehen wir hoch. Wir haben hier 8 GB Arbeitsspeicher, 128 oder 256 GB SSD. Hier eine relativ stärkere Batterie, nämlich 39 Wattstunden. Und auch hier wieder Quick Charging enabled. Das heißt, 1,5 Stunden und die Kiste ist wieder geladen. Ich bin auf jeden Fall wieder begeistert. Also Samsung stellt immer noch Notebooks her, nur verkauft seit leider immer noch nicht in Deutschland. Zumindest Stand jetzt. Ich hoffe immer noch, dass irgendwann mal zurückkommen, aber bis jetzt nicht. Wobei ich es hier wirklich schade finde, dass man hier ein richtig schönes Display, auch ein helles Display verbaut, aber dann umklappen kann und nicht touch-enabled hat. Und trotzdem ohne Touch auch ein Lair-Finish sitzt. Das ist einfach nicht möglich. Trotzdem schöne Geräte mit Magesium. Schön leicht vor allen Dingen. Ich hoffe, ihr hattet der Eindruck des Samsung Notebook 9 in 13 und 15 Zoll hat euch gefallen. Fragen dazu wie immer in die Kommentare. Hier von der SES in Las Vegas kommen auch noch ganz, ganz viele andere Videos. Insofern lohnt sich das Abonnement. Daumen hoch, mag ich auch mal gerne. Ich bin der Lars von Robert Samsung. Bis die Tage. Ciao. Bis decade же. Aber auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Malете. Und im nächsten Mal. etin Bis zum nächsten Mal. t t cat bis zum nächsten Mal. se